hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren aufnahme von league of legends ich spiele so nah support und mit dabei ist chaos bunny x mit lucien als ali carry hallo und mit dabei haben wir auch noch einen nasus auf der top lane und ein ließ sind auf der mit lane und einen jungler den ich nicht mehr weiß genau gegner team haben wir wollen kommen ja war stimmt genau gegner team haben wir auf der top lane chen im jungle ari auf der mit land und ash und trash auf der bot lane und ja ich kenne das item zwar nicht aber ich kauf es einfach mal das item gibt ja einfach bis zum ap ja gibt ihr ab plus mana reich und halt noch gold ja gold und wenn du uns du musst ein champion am besten hätten manchmal auch noch mal viel gold extra okay ich hatte das letztens auf twisted faith er meine letzte runde war jetzt ist fertig heute gespielt habe ich habe mit der w dass diese extra karte dann die stand oder slot oder mann wieder gibt habe ich ganzes live gezogen ich will einfach mal die kuh und ein smiley ja da war ich kommen da wird schaut geht doch 8 jahren ist wieder da können wir doch wollen es ist passiv alles passiv die ist krank crash für uns gg er hat abgerungen mit 46 ap dürfte er bekommen ja er nicht ja hat er hat er diese stimme von so nah so komisch boah die wird mich so auf direkt ist wenn ich sie selber spiele die stimme regt mich so auf oh hoho da krieg ich gold ich mag die andere seite lieber brauche ich nicht beim blue helfen kann ich man kriege ich alle lasse wenigstens am anfang eins gegen eins ich gewinne das ich mach die dauern warte wo war die wort hier drin achso nein lasse verkackt na komm her ich mach dir im 1 gegen 1 platte sie hat bei mir mit naja sonst wärst du da reingeflasht ja es hat nicht viel gebracht doch ich hab ja däsen plus flächen ja dann natürlich der double hit schade minions die ja warte die haben ja was denn sagen ja sollte man nicht unterschätzen da ist ja auch der mit land schon geht raus das hat gepasst sollte man nicht unterschätzen das platte ja es sind jungen ist recht op lol wirklich ich weiß gerade nicht wo warte doch der ist hier vorne executed bei dem neuen minion ok wir müssen auch ja ok die kosten könnte auch runter kommen ja ok aber du hast ja die worte hingestellt aber ja wir werden wieder weit vorne stehen dann kann er ja auch mit seinem dings einfach mal so eben überlegen über die wand kommen verschleunigter das ich stimme zu mein gott ich verlasse jetzt verpassen warte ich wurde jetzt mal deine uhr hat sie abgelaufen oh falsche taste machst du Panzer echt geil soll ich die kuh oder die wehruf machen also ähm heal oder mehr ad mach ruhig die macht die kuh ruhig also ich denke mal nicht dass die uns so stark rösten können außerdem ist wieder mitte oder wie sind wir da so aus als wetter stände der nase verkackt gegen wukong ist normal bekommen ist extrem star troller also ich muss sagen ich dann mit dem schon in fünf leuten drin hat die einfach nur gedroht ja es ist wukong heute mein last geht doch ständes mitte ich will gold okay hoch ist draußen 200 sekunden cooler auswendig ins geld ich glaube so dann ist aber nicht oder ich weiß es nicht schöner mitte dieser babysitter okay mit level wenn ich level 6 kommen gehen wir sofort auf echt drauf ja okay ich muss gucken dass mein maler bis dahin ausreicht ich brauche meine ulti 100 okay hier ist die ward weg der hat auch nur noch pink ward bringt ja noch nicht so viel pink ward weg normal wort ich bin kurz vor level 6 die sind kommt also nicht kommt nein mein gott und das ist der doktor klar wir geben ihnen aber trotzdem keine lust dazu weißt also wir können sie locker nehmen ach da bist du schon level 6 okay ich brauche glaube ich noch zwei minuten oder so verdammt nicht in der range ja das ist was machen die jetzt hier auf bord ich weiß es nicht ping mir den mal weg er geht rein oh da oben ist ne ari warum geht der rein ja da oben ist das er smited grad nen minion nur damit ich es nicht bekomme sie hat 600 live meine ulti macht 600 oh mein gott okay also ich habe jetzt ulti ready und wir müssen jetzt halt aufpassen wegen shen weil ich habe gerade keine ward ja macht nix soll ich back gehen oder oder hast du wieder die minuten ward noch da ok nein da ist gerade was abgekackt ja ich habe es gemerkt kein problem ist ja nicht viel passiert ey die soll meinen lane in ruhe lassen will er nicht lolla was geht denn der jetzt rein er stirbt dabei wenn wir sowieso nicht mitgehen und ich gehe da bestimmt nicht mit also ich weiß was ich nach dem game machen werde was ja er muss ja nicht gacken kommen ok wir haben gewordet diese hoax auf tun wo job oh scheiße alter wie geil oder warte bleiben wir noch hier und ja das sind aber wenig mal dass ich kann dich ein bisschen hier und dann gehe ich back oder konnte ich kann mal noch reinzugehen jetzt einfach back und dann okay gut wenn wir auf weg nein aber hat vielleicht gewastet und ja was mache ich ich kaufe schon wieder was wollte sie kaufen maximal so viel kosten wie meine ja hatte die edi gibt also lauf tempo ok und die ist wieder ready also und besonders ich verstehe nicht warum die immer ich doch sowieso schon aus dem game ist ja erst recht toplay könnte einfach mal denken weil wukong ich finde das lustig was die ich kauf beziehungsweise wie sie es kauft jetzt nichts für lebensraum oder sowas geholt ja meine kuh kommt einfach nicht durch ist auch cool jetzt nicht mehr kommen wir auf die wort wie viel gold hast du für die wort bekommen ich habe auch 15 bekommen ja er wird ja geteilt ach stimmt ja wie ein update oh sorry mein gott ich kann mein double shot nicht füßen ich einfach da stehen bleibe oh das war macht ein ulti genau ich habe gerade geschrieben ist ja gut ausgegangen also das wird auch nicht schlecht ausgehen solange wie du dann schnell genug ulti drücken kannst warte was ach so das kann man so machen ich wollte das item ausprobieren und dann egal naja aber trash hat alle kills bekommen ja das ist hammer ich weiß aber jetzt weiß ich endlich die aktive von dieser von dem item und ja da wird der gegner ist laut und ja so langweilig also ich hatte die eigentlich wenn du so leon oder so viel immer dazu also kein appeler hat sich dazu dieses goldene item zu holen ja hier ist glaube ich ein channel oder bei mir wahrscheinlich gerade hier kurz scheiße sprich er stand vielleicht da drin und hat gewartet gewartet und hat sich aber dann mit der ulti zu ari praktisch geportet weißt du ja alter mein ding ist grad voll hoch 91 das ist normalerweise 25 also standard mäßig der macht der versuch nein doch nicht dachte wollte lenken machen oder so okay also ulti ready ja ja ließ hin warum wartest du nicht auf mich soll ich ulti machen mach warte noch nicht noch nicht jetzt war zu früh egal oh schenulti also das ist halt das problem an der ulti torntfeld ich dachte wollte zu mir na egal das wäre richtig cool gewesen ja wenn meine barriere in drei sekunden ab ist vielleicht hätte ich auch noch gehabt hm so ich finde den movement speed geil der db gibt na chen bist du noch hier wahrscheinlich nicht mehr ja also ich bin nicht mehr hier lol jetzt mach ich irgendwie gar kein damage mehr da ist ja auch noch tower ja und ähm du hast kein mana mehr hm geht's auch weg ich hab's in die team ne noch nicht mir fehlen noch 300 gold oh mein Gott da steht ne ward meine ward nooo egal ich fahr einfach bis zum nächsten level hoch hm da hab ich wieder was mana ne du machst kein damage no null damage no gibt's dir recht hm aber so viel mana kostet das gar nicht 65 hm was kam hier grad durch keine ahnung sah irgendwie so aus wie so vom blue buff oder so ne das war nicht nirvana also von savannah oh komm drauf es ist hardcore gesloat oh verdammt ich denke ja ich hab grad eben auch getankt ach ja wegen shans thorn also ist klar lol dieser backboard ja ja wie nimmt sich einfach mal bei die kills hm hm so was ja vieles ne oh mein Gott so stört nicht den Tauber nein so was halt ich noch viel mehr hm so ja weißt das hatte ich letztes schon mal hier da hat jemand einen Namen sich geblieht ne mhm warum zerstört man den Tauber wenn man die lane doch gewinnt sag mir das mal ich stand 8 0 ich stand 8 0 und dann will die einfach Tauber das zahlen hm ich weiß dir einfach nicht warum hier ich stelle nicht hier ey ich komm von unten hm siehst du nicht liege rein genau mach ulti na das bringt jetzt nix lol es hat schon was gebaut geh auf schein geh auf schein nein ich bin nicht schnell genug er ist rüber er ist rüber weg oh mein Gott und der Nasus der fightet noch lol das ist was machst du da das ist was machst du da das ist was machst du da lol lol wo hat 8 top lane hm 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 ok da geht schon top meine Güte hoffentlich nur das connect mein ping ist wieder normal das gut so wie immer ja okay aber manchmal da gab es ziemlich schon harte lexen das war nicht nicht so schön ich hatte eine aufnahme metall und da sozusagen hat er war ich talon support weil einer getrollt hat und da war ich richtig cool die ganze zeit standen wir nur da konnte nichts machen und da stelle stand dann versuche verbindung mit dem server wieder aufzunehmen wenn er zu nahe kommt da ist unser lieb er steht schon wieder hier deswegen immer da der übernimmt die rolle ist jungler bei uns waren alle bei uns waren jetzt alle statt dass er mitte ich kann keine ulti machen ja kein problem und der lieb warum fokus eigentlich die ganze zeit den händen ich konnte einfach nicht ja er macht einfach fokus das ist mir eben schon aufgefallen deswegen mein fokus adc adc abt carry nach top laner wenn es kein tank ist danach sagen also kommt immer drauf an auf 10 oder in kein tank ist ja ich würde ich immer durch das blade of the moon king hat ich gehen soll ich meine nicht ja keine ahnung ziemlich viel eigentlich die mitte wenn er hier nicht gewartet hat auch erst hinter mir so ich wollte machen jetzt man muss sagen das ist schon praktisch okay es kommt da geht nicht so weit weg alter kommt ich habe 1600 und ich ganz in ordnung 24 wieder wenn ich denke dass beim ersten mal weggehen über 3000 aber ich will unbedingt nichts noch haben kann man mit wir machen dieses geister viel danach gehen wir weg da kann man machen ich kann mir dann auch ja kann ich kaufen und dann nur bei champions warte wo es ist hier dieses michaels schmelzegel ach ja stimmt dass diese highlight oder oder soll ich mir athen das unheilige agrar holen dieser keller ja ja die kann man auch zwei dinger machen einmal auf michael schmelzegel das ist so ein da heilig dich also das ist so ein heil und der macht halt alle verstummen längst so was sich weg das andere ist halt ab er also was mehr sind was ist das mit dem wasser sturm und so weg mal ok ja ich bin auch weg gut das so so alter einfach nur um den double shot zu kriegen habe ich gerade die weh auf ging es gemacht nicht schätzen lassen das ist ne 10 gold nur bekommen ich auch das war wahrscheinlich dieser andere wort ich wusste das anständnis er zähne sie gebaut finde ich sehr seltsam also auf ständen zu bauen scheiße was war und ich muss doch noch von flächen nein nein lol warum habe ich doppelte weil du sie bekommen hast ja ok ich musste wegflächen ich will wukong noch kriegen ich hab ulti jetzt gleich aber ich sehe nichts ich hab keine vision ich hab keine vision das ist ok das ist schon am meisten und das hat das so muss man bis in ordnung hat der nase so ein stück von also ist ja nicht wirklich 258 ja ok aber er hat ja auch wukong und da konnte er nicht so gut fahren wie normaler nase ist aber naja wieso wenn er sich mal guck mal der hätte nur am anfang dieses äh frozen heart fahren müssen mhm frozen heart danach hätte er sag ich mal das bild wie sah sparen können ja danach ran du ihn hätte er in ruhe fahren können hätte er sich wukong gar nicht hätte er gar nicht auf wukong achten brauchen mhm machen wir hier bei den großen turnieren und so ja auch bauen sie sich einfach frozen heart was ist danach achten die nicht mehr drauf mhm wie er ja die angreift und so wir waren drake und meine worte ja und just ja da ist schon Dings lol ich hab orakel ja willkommen also ich grad weg 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 wir gehen raus what the flash oh scheiße ich bin am arsch nein lol dieser flash gerade von nasus ey wenn der den jetzt nicht bekommt der kriegt den nicht der kriegt den nicht der macht jetzt gleich Dings rüber pass auf jetzt läuft er ihn und geht rüber soll ich zumindest ah ne er wo war der ließ denn eigentlich der kam gerade erst dazu praktisch der stand die ganze zeit unten ok wir spielen auch gerade vier gegen fünf ne ja stimmt der java ist ja auf k ja ja oh my god eh geht es trotzdem wo geht es ab eigentlich und geht es ab fünf fünf einer meiner schlichten runden grad soll ich mir flausen hart kaufen oder ne brauchst nicht ich würde du musst ap gehen jetzt 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 ok also jetzt full ap rabadons ja rabadons warte gehe ich nochmal weg und dann kann ich mir auch das eine item holen den sauerstaub glaube ich ja so ok die haben eigentlich auch nur einen ap ja harry das ist relativ gut dabei mit dem damage die könnten irgendwie barons schon machen mhm dann geht jetzt sunfire ok guck mal wie weit sie sich so ausgetraut dabei waren die da gerade alle und zack rennt er wieder zurück komm schauen ich schaff das i think baron an mhm sie wollen baron machen ja viel machen können wir dann auch nicht doch ich hab ne ulti ja ok probieren zu stehlen aber riecht arie steht im weg diese fucking arie jetzt sollten wir am besten erstmal nicht fighten oder einfach versuchen irgendwo zu pushen mhm die können ja mit fünf mann sofort kommen die haben es eigentlich sogar noch besser sie sind wir waren eigentlich schneller am baron dran deswegen verstehe ich gar nicht warum sich nicht alle gemut haben die gehen mitte die wollen mitte durch pushen oh what the die sehen euch das ist das alter du bist grad schon wieder weg ja man sollte da auf jeden fall weg wo ihr seid ich kann einfach ich bin auch voll underlevel du bist level ich bin 14 oder so ja weil zu vater ist das normal aber wie man hat unseren nasus an ist der level 16 ja die sind das level 18 der hat aber auch 204 ja auch lol wie kann der level 18 sein der hat zwölf kills der hat die ganze zeit ja mal eine kill ja ok stimmt auch wieder rum und wenn man dann nicht so viel hat dann keine ahnung und warum geht nasus jetzt back weil er sich wahrscheinlich was kauft hm oh 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 er holt sich eine warmox nein warum ich ach doch nicht du hast ja eh kaum was zugestellt oder eingeteilt bekommen naja aber weißt du das ist das halt wir haben keinen artikel hm mhm aber ich hatte letztens einen im ranket ne ich hab den erst für einen troll gehalten der hat abg-sona gemacht mitte ok ey das der hat youtube channel gehabt ne da hat er das nur gemacht der hat wirklich die ganze zeit nur und der hat seine lanes fast alle gewonnen lol also das ist ich kapier's nicht er hat nach ms zum beispiel mit einer kuh ne hat das ganze leben gezogen boah alter mhm 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 nein 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 mach deine rutsche wenn da welche drinstehen oh da nein sie trifft mich trotzdem noch mit ihrem ball oh scheiße jetzt nur noch ich da mhm mhm natürlich nicht sie kommen einmal rein und ich bin tot ja guck mal ARRI einfach 600 AD ARRI 100 AD 140 AD so ungefähr Psst und Hourglass kann ich ihr nix machen gegen ARRI sowas würde ich sein lassen wir nennen die Tarots instant ja ich kann nix machen ja 9 schade aber 4 gegen 5 ja wenigstens stand ich positiv also als supporter ja oder 6 6 7 9 8 6 10